so dass sie wieder weiter der 4 3 Mumu Mumu und die Pläne natürlich was denn sonst hier kann eben noch und sein das weiß ich kann hat der Kopf ist schon okay das gleiche es ist kurz vor und er hat mich doch auf oder wenn er von der Fokke an dieser Gegner er hat ihn nicht direkt neben der Flagge liegen wir haben keinen Punkt die Professionalität unseres Teams ist kaum ein Wort zu fassen der steht im Zug ich bin tot ich bin so lustig hahaha so ich will zum Einsatz von da will ich sowas von Omniten und ein Ribbon ach komm schon wieso trifft er mich immer sofort und ich treffe ihn nicht 95 Prozent Gesundheit und er kämpft da immer noch wo wo das mache ich den Tod endlich kam weg das entgegner wie sie sich gegen den keiner ja nachher schweizel gut das hat nur eine Punkte alle ein dass viele verloren das Team ist die bis zum Kacke erzielt hol sie dir schnapp sie dir Tiger so jetzt jetzt hau ich dir aufs Maul naja jetzt ist er wieder tot jetzt wieder töten lassen wo sitzen die denn alle Griechen in den Löchern um 4 zu 10 ich darf es nicht so rumrennen es ist ja schrecklich mit mir ich nehme als Sniper äh das ist ich ähm wollte ich erst bauen ja wollte ich kurz vorhin bei mir ja so ein bisschen vorrücken was hat der denn für eine Waffe hey meine Waffe hat keinen Rückschlag ein 50-fach Visier das Ding also jetzt hau ich dir das kann ich mir glauben ich hau dir so genau und jetzt kommt da wieder ein R7 zu 12 ich wurde befördert und hab so ein gutes Stern bekommen um und das finde ich gut und ich habe mich wenn ich die nächste Woche falsch halten können wahrscheinlich wenn ich immer die Lappen so wieso stirbt er denn nicht die zweite Hilder hat 6 50 ok und ich habe schon neu sich hier gekriegt für meine Waffe und das war nachladen so 8 der nächste der kommen und kriegt einen Raketenwerfer ins Maul höchstwahrscheinlich von der linken Seite da auch Miene ich stürme jetzt nicht mehr wieder so vor aber dich hole ich mir alles kannst du glauben es war hier unten reingucken ob einer ist ja der hatte aber ziemlich wenig live glaube ich der hatte wirklich wenig 2 Prozent ja so langsam heißt meine Strategie raus 3 2 1 der Medik und eine Römer abgekrapscht sehr schön wo sind die denn und von wo habe ich 150 Punkte bekommen die Fragen befragen 3 2 1 2 1 2 dass sie noch Punkte ha ha das ist eine Idee gekommen mit Mediketen Und von hier oben sieht man gar nix. Nein, scheiße. Oh Gott, oh Gott, wieso... Ich hätte so locker, ich hätte mindestens noch einen mitnehmen können. Drei, zwei, eins, null. Ich gehe da rechts hin. Und nun ist eh gleich vorbei. Hier, dein Medi-Kit. Ich glaube, es war hier und nimm dir. Punkt mit einer, dass ich noch ein bisschen. Punkt, die Krieg. Ein Punkt einnehmen. Wo? Ach, komm, guck nach hinten, guck nach hinten und dann rät es mich. 9 zu 16. 3, 2, 1, 0. Oh, Mann. Okay. Runde zu Ende. Dein Team hat's verloren. Oh, wie schade. Schlimm. Schlimm. Traumatisiert bin ich jetzt aber. So, Runden, äh, was haben wir denn so nettes? Oh, Level Up auf jeden Fall, glaube ich. Oder? Ja, auf jeden Fall. Oh, Beförderung. Und Sprengstoff Spezialisierung vorgeschaltet. Ein neuer Stock-Tech. Und das war noch so. Hatte doch irgendeinem Sterneier, genau. Also, ich weiß nicht, dass es nicht Punkte da gibt. 2000? Nicht schlecht. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.